. Oh, der ist schnell. Oh, die sind alle sehr, sehr, sehr schnell. F, 3D. Ich weiß nicht, ob man es im Video erkennen kann, aber die Tragflächen, die biegen sich ja enorm durch. Ein irrer Speed. So, gucken wir uns mal die Landungen an. Alle Flieger hier erstmal am Himmel suchen, zieht nochmal hoch, Abfangbogen. So, der erste kommt rein, sauber abgelegt. Jetzt gucken wir mal, schwer zu sehen. Dann halt einfach mal in Anflugrichtung die Kamera, der nächste ist hier landet und da hinten ist er, der letzte, der dritte Flieger. So schwer zu sehen. Sauber. 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 Sauber.